Adele Neuhauser ist eine österreichische Schauspielerin. Ihre Karriere begann sie als Theaterschauspielerin. Später arbeitete sie auch für Fernsehen und Kino. Sie ist Mitglied der Akademie des österreichischen Films Leben. Die in Athen geborene Adele Neuhauser übersiedelte als vierjähriges Kind mit ihrer Familie von Griechenland nach Wien, wo sie aufwuchs. Neuhausers Mutter verließ die Familie und nahm dabei Adeles Halbbruder mit. Adele und ihr Bruder blieben bei ihrem griechischen Vater Georg. Später wuchs sie allein beim Vater auf. Mit zehn Jahren schnitt sie sich die Pulsadern auf und unternahm bis zum 21. Lebensjahr mehrere weitere Suizidversuche. Neuhauser wollte seit ihrem sechsten Lebensjahr Schauspielerin werden. In der Schauspielschule Kraus machte sie zwischen 1976 und 1978 ihre Schauspielausbildung. Mit Anfang 20 zog sie nach Deutschland und begann an Bühnen zu spielen, unter anderem in Münster, Essen und Mainz und Regensburg und zwischendurch auch in Wien. Über regionales Aufsehen erregte Neuhauser in der Faustinszenierung am Stadttheater Regensburg, in der sie als Frau den Mephisto verkörperte. Daneben spielte sie auch in Kinofilmen und Fernsehserien. Bekannt geworden ist Adele Neuhauser mit ihrer markanten Stimme insbesondere durch ihre Rolle der Bäuerin Juli Zirpner in der UF-Produktion 4, Frauen und ein Todesfall. 2008 unterzog sie sich wegen Ablagerungen und eines Reinke-Ödims auf den Stimmbändern einer Stimmbandoperation. Ihre Stimme hat sich dadurch ein wenig erhöht. Adele Neuhauser wird seitdem nach ihrer Angabe am Telefon nicht mehr als Herr Neuhauser angesprochen. Seit 2010 spielt sie die alkoholabhängige und ausgebrannte. Von der Sitte kommt der Ermittlerin Bibi Fellner an der Seite von Harald Krasnitzer im Wiener Tatort des UF. Adele Neuhauser unterstützt und macht auch Werbung für Eukokredit-UAR. Runde Klammerpunkt. Der Verein refinanziert Mikrokreditprogramme sowie weitere sozial arbeitende Klein- und Mittelbetriebe. So werden internationale Entwicklungsgenossenschaften und deren Aufbau finanzieller Infrastrukturen in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa geholfen, so dass auch Menschen in Armut ein Zugang zu Finanzdienstleistungen geschaffen wird. Privat. Adele Neuhauser lebt nach der Trennung von ihrem Mann Sultan Paul in Wien. Die beiden haben einen Sohn, der in Graz Jazzgitarre studiert. Sie wandert gerne und dies am liebsten allein. Neuhausers Waldviertler Großeltern waren akademische Maler. Ihr Bruder Peter Marquand folgte diesem Vorbild. Vom Großvater stammen es Graffiti auf dem Wiener Künstlerhaus. Die Großmutter verlegte sich, weil es nach Meinung des Großvaters nur einen Maler in der Familie geben könne. Auf die Anfertigung von Goebelengs und Kasperlfiguren und arbeitete für die Wiener Werkstätte. Ihre Urgroßmutter, obwohl selbst nicht von den NS-Rassegesetzen betroffen, ging freiwillig mit ihrem jüdischen Mann ins Konzentrationslager. Beide fanden darin den Tod. Filmografie, Fernsehkino 1996, Irren ist männlich, 1998, Helden in Tirol, 2001, No-Go, 2004, Gunn eine tödliche Leidenschaft, 2010, Dreifaltig, 2013, Bad Facking, Theater, 1986, Nachtasyl, 1990, König Ubo Wiener Schauspielhaus, 1991, Media, 1992, Quartett, 1996 zu 1998, Präsidentinnen, 1999, Maria Stuart, 1999, Faust, 2000, Macbeth, 2000, Meisterklasse, 2000, Macbeth, 2000, Medea, 2010, 2011, Unschuldsvermutung als Karl-Heinz Großer, Auszeichnungen, 1996, Darstellerpreis Bayerische Theatertage, 2012, Romy Film und Fernsehpreis als beliebteste Seriendarstellerin, 2013, Romy Film und Fernsehpreis als beliebteste Seriendarstellerin, 2014, Grimme Preis für Tatort, angezählt, 2014, Romy Film und Fernsehpreis als beliebteste Seriendarstellerin, 2015, Nominierung durch die Presse zur Österreicherin des Jahres in der Kategorie Kulturerbe.